Der Sonax Fliegeratgeber Der Sonax Extreme Felgenreiniger Plus ist ein hochwirksamer Spezialreiniger. Man kann ihn für alle Stahl- und Alufelgen benutzen, auch für verkromte und polierte Felgen. Besonders die Räder haben nach einem langen Winter gelitten. Bremsstaub, Salz und Schnee haben ihre Spuren hinterlassen. Der Reifenwechsel ist der ideale Zeitpunkt, um mit dem Sonax Extreme Felgenreiniger Plus zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Der Wintersatz wird gereinigt vor der Einlagerung. Die Sommerräder werden so behandelt, dass sie sauber in die Saison starten. Der Sonax Extreme Felgenreiniger Plus entfernt schnell und mühelos selbst hartnäckigste Verschmutzungen wie eingebrannten Bremsstaub, Öl- und Gummirückstände sowie sonstige Straßenverschmutzung. Schwer zugängliche Stellen auf den Felgen erreicht man besonders einfach mit der Sonax Felgenbürste Ultrasoft. Die rötliche Verfärbung des Reinigers signalisiert das aktive Lösen des Schmutzes von der Felge und ermöglicht so die optische Kontrolle seiner Wirkungskraft. Das Besondere ist, dass er garantiert säurefrei ist, das heißt weder die Felgenoberfläche noch die Radbolzen werden angegriffen. Mit dem Hochdruckreiniger werden die Felgen danach abgespritzt, anschließend mit einem Tuch getrocknet. Der Sonax Pflegeratgeber Der Sonax Pflegercurrent Untertitelung des ZDF, 2020